Es tut mir leid. Vielleicht gibt es Zahlen, in denen andere besser sind als der Bruyne, aber es gibt keinen besseren Spieler als ihn in dieser Saison. Punkt, 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 Punkt. Punkt. Aus meiner Sicht war er der Beste, aber die Meinung der Spieler kann anders sein, sagte der Spanier über die Wahl. Punkt, 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 Punkt. Der Belgier erzielte sieben Tore und bereitete 15 weitere Treffer vor. Selle hingegen traf einunddreißig Mal in der Premier League und war bei zehn weiteren Toren der Vorlagengeber. Punkt, Punkt, Punkt. Punkt, 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 Punkt. Trotzdem sieht Guardiola de Bruyne vorne. Ich finde, dass er es verdient hätte. Punkt, 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 Punkt. Aber am Ende der Saison wird er nach Hause kommen als Meister. Während der Ägypter mit Liverpool in der Liga nur auf Rang 3 liegt, sicherte sich de Bruyne mit Manchester City souverän die Meisterschaft. Punkt, 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 Punkt. Wie die Jotklops coole Grußbotschaft an Selle, schnappt ihr die Trophäe und komm heim. Punkt, 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 Punkt. Untertitelung des ZDF, 2020